ich muss ich musste jetzt gestern einfach eine stelle war doch schon mal eine rolle gekreut du wusste ich habe weiß dass du mich gesehen hast ich hatte eben nur entweder was das oder halt eine der anderen 80 rollen also das war das naheliegend sein könnte dann ja war das so kurz vor knapp vorm button oder ich sag nichts dazu wirklich es war so schön so einfach komplett unnötig noch mal 30 minuten die runde gezogen damit damit sich ausdrucken es geht weiter es geht weiter sheriff ja sheriff ist okay ist okay nein wir haben sunglasses leute und wir haben sunglasses wir haben sunglasses ihr müsst das es immer weich aussprechen wird er sich selber erschießen das ist hier die große frage das ist die große frage ja das wäre gemein die killen sehen ist die das knächtig gehen sehen oben in apadikon knächtig oder die korn geistig und man muss ich dich enttäuschen aus es gibt ein warfling aber es war geistig also ich glaube dass den kill das gemacht hat nee ich bin das orakel und heute gebe ich dir keine rosa nö nö hat jemand vor zehn sekunden geistig gesehen hinterm stein kann man jemanden nicht sehen dafür ist mein outfit zu klein aber ich bin im lab gewesen bin von dort aus wieder rausgeraten müsste man nicht den ohren sehen nein genau klar von der skala von 1 bis 10 wieviel schützt hat es zu als ich gerade in autoren nicht reingedippt bin jedes mal mittlerweile schon jetzt diesen screen die tot nö da ist schon zehn sekunden mittelmäßig wendet er ein schlechter winter eine antwort auf diese frage lautet nein okay einfach nein ja 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 glaube ich dir also zayana sagt geistig hat gekillt weiß ich nicht schießen wir jetzt rein schießen wir jetzt rein ich weiß es nicht nächste runde freunde ich komme sehr gut darlin bis gleich zeit dass sich das dreht was dreht ich bin mir deinem Bioden auf ich bin mir beim astrate ich barren den ball ist bei den ballen ist bei den ballen ich beim segments button wie wär's denn wenn du mich mal am arsch lächst also knall hat ja mal anfang hat ja nicht gekillt aber da ist ich habe gerade einen einen smaggy von der leiche auf medbay scan weglaufen sehen ich hab also ich wollte gerade selber von medbay scan habe die leiche auch gesehen aber ich habe gehört dass jemand nach unten gegangen ist da wollte ich gucken ob jemand raus oder reingegangen ist aber ihr habt das schon reportet glaube ich in der lege ist schon richtig alt der geist hier habe ich gekillt als sheriff glaube ich dir terst ist auch aus lebt rausgelaufen das heißt es ist aber jemand in die ober die kun reingelaufen ich bin ich hinten beim medbay scan gewesen ich bin direkt durchgelaufen wo bist du denn man immer sagen wir mal ein mörder ist sie eingang also das orakel sagt euch das wollte mord den kill gemacht hat der kriegt keine rohsäule von mir was laberst du jetzt wieder ich check grad gar nichts noch mal ich will auf den medbay scanner laufen da liegt der schar ich höre wie die untere die kunge die oberen mord hat verraten du bist du warst auf dem medbay scan gewesen wie oft denn nur noch aber wie willst du dann report button haben du kriegst den report button schon vorne am gang kriegst du nicht natürlich nein ich hab den doch auch nur gekriegt wo ich fast auf dem scanner war das kann ja gerade ein bisschen zu aufbrausend das ist eher so ein zeichen für posten ja das ist auch so leute beim lügen erwischen sie werden aggressiv wenn man ihnen nicht glaubt ich werde nicht aggressiv mich dass ihr alles durcheinander schmeißt wie alt die leiche von der schar ist der muss sehr frisch sein sehr frisch ist gerade da und ist sehr aufbrausend dass man seine stories nicht glaubt wie gut dass ich tiebreaker bin weiß ich nicht ob das hallo leute ganz kurze werbeunterbrechung in eigener sache abonniert gerne mal kostenlos den terse channel viele von euch haben das noch nicht getan und schaut auch mal auf terse vorbei freunde unser zweiter youtube-kanal wir lernen hier ganz viele videos hoch wie zum beispiel code names auch mit dalukat und wlesk oder unsere best of videos aus der winch challenge aus wo w ja zurzeit auch eldenring schaut da gerne mal vorbei der link ist in der video beschreibung abonniert kostenlos den kanal und ich wünsche euch ganz viel spaß mit den videos macht es gut dank für euren support knächt die böse knächt die böse ich stehe mit ist maggie vor der dekontür und das report ist angegangen maggie wo war ein report hast du ja jetzt wo wir stehen steht ja in der quasi keine ahnung ich habe da kein report gesehen das ripper button erleichtert das ist ja von anders für dich weil ich stehe mit terse und knächt die weiter links im lab und wir haben den report button das riecht ein bisschen nach dem bett für mich tatsächlich also der report button der war nämlich links bei temperaturen sowas dann wollte da vorne steht und dann lügt der ein bisschen glaube ich dann denke ich mal dann denke ich mal dass das voldemort in der runde davor zwischen uns irgendwie gekehrt als maggie oder er war kamel dann oder so und stand da noch ja das kann sein also wie gesagt also das was ich gesagt habe war genau so ich wollte auf medbay scanner ich bin auch anti tp deshalb habe ich den scanner gerade gemacht und ich habe wirklich gesehen okay report button und kriegst du nicht im gang ich bin reingelaufen und habe den da bekommen und dass tajana mich dafür gesastet war vollkommen fein weil ich bin wie gesagt an die tür gegangen terse hätte es sein können wenn er da rausgelaufen ist ich habe ich habe ich habe sicher nicht böse ist naja zayana nee sie sie hat mich dafür ist dass sie hat den killsafe nicht gemacht ich glaube sie wäre anders ran gegangen was denkst du wäre jetzt die rolle von geist hat na nee ich habe es ja nicht als ich habe nur gesagt ich habe es erschossen weil ich den sheriff äh kläben wollte ich weiß aber wer geistig wahrscheinlich sowie was denkst du wäre es noch böse hier weil dir vertraue ich ich weiß es nicht ich habe ja gesehen wie du da gekillt hast stogie habe ich ja gesehen also ich weiß was wir denken jetzt wollen über böse oder was er hatte direkt die gäste familie und vampir gäßer ich hab es gibt es wird mehr drinnen ja check danke dir für 18 monate vielen dank und stoffel dank auch noch mal dich der weg geworfen habe ich nicht geschafft jump king habe ich nicht mehr geschafft das war zu krass aber wir sind da trotzdem bei dem self punkt der safe schießt jetzt auf zayana der erste hat auf mich geschossen dann kannst du wie kein sheriff sein ich habe gesagt in der usa ok das heißt auch klar ist klar die war sie test du bist so ein krüppel unglaublich aber test hat gerade den den sheriff schuss abgelassen ja weil er umgekippt ist wahrscheinlich deswegen habe ich das noch grad noch so grüßig er hätte gar nicht getötet werden können er hat ein schild von mir also ja eben das heißt er kann nur durch den schild ich bin halt ein guti aber aber wie hast du denn dann geist umgebracht hä? aber ich hab damit euer zayana the safe ich habe geistig nicht gekillt aber du weißt wer geistig gekillt hat ja es müsste terste gewesen sein ach so aber terste hat gerade gesagt du warst es aber wenn doch terste vor dir als sheriff geistig umgebracht hat und terste jetzt an zayana umfällt dann müsstest du doch das als erstes argumentieren mit ja 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 entschuldigung ich bin auch ein bisschen verpeilt ja wo du mich aus ich glaube Stugi ist nur verpeilt ich glaube Kler ist aber der killer ja weil er pusht so lol weil er pusht so dann ist es Knechti wenn ich dann wieder unschuldig bin Knechti du Sau du siehst auch aus wie ein Bild nein Knechti du siehst auch aus wie ein Bild nein also Knechti ist für mich safe du lässt es für mich safe warum denn warum will ich jetzt sagen es hat einen Grund ich habe einen guten Grund dafür wirklich aber ich müsste meine Rollout callen mach doch Kler kann eh nicht gestern wir haben eh keine Gäser mehr ich bin Detektiv auf einmal die ganze Zeit schon aber zayana kann ich noch nicht ganz vertrauen und Kler halt nicht ich hab da auf sie geschossen mit dem Schild hallo so wie es manchmal einfach ich krieg dafür zwei Boots ich krieg zwei Boots ich hab geskrikt ich hab geskrikt er fliegt trotzdem raus wenn wir wollten so ich hab Tiebreaker kastiert ja ich war der Tiebreaker damit hat sich auch nicht richtig ich wollte bei mir ist das Game abgestürzt Bruder ich bin Siya und rausnehmen als Medium ja weil ich Siya bin und du hast mir den Arsch gerettet als wollte mich gerade Ops nehmen wollte äh ja ich war Medium das heißt ich hab gesehen wo die Leiche lag und somit wusste ich dass du halt einen normalen richtigen Call gemacht hast ich vertraue dir auch nicht immer wenn du redest aha aber dann soll der Call richtig und dein Call hat mir ja den Arsch gerettet sonst wären die wieder auf mich gegangen ah ich dachte eigentlich du könntest Sayana dann safe rausnehmen so weil du hast ja gesagt du findest die Sass ja ich wenn ich auf sie schieße ich ja ja alles gut ich war grad durch Wind ich war nur gemeint dass du Thief warst weil keine Kills gefallen sind und Claire nie in der engeren Ausbildung ja ja weil ich hab ja Geißsiegel erschossen ja ja das Witze fand ich so ja Freunde an der Stelle hallo YouTube ich grüße euch Kinder an der Stelle ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge ich hab versucht zwei Jahre nach ein bisschen zu saven mit meiner Aktion es war klasse gespielt oder ich sag es euch ganz ehrlich Kinder wenn euch die Runde gefallen hat dann checkt gerne mal unbedingt die anderen Videos hier auf dem YouTube Channel test sie aus ja und geht mal rüber ihr habt das gehört auf den anderen Channel wir haben da ganz viele geile Codenames Runden online man lacht sehr viel macht das gut tschüss danke für die Support